Abschiede. Du solltest dich auch noch von deinem Vater verabschieden, ruft meine Mom aus der Küche. Ich sehe von meinem E-Reader auf und werfe einen Blick rüber. Sie nimmt gerade eine Schale mit einem Fertiggericht aus dem Minibackofen. Heißt, sie kriegt das verschmitzte Lächeln, mit dem ich sie mustere, nicht mit. Ich widme mich wieder der Lektüre des Untergangs der Picard, was ich im Moment viel interessanter finde. Hast du mich gehört, Andrew? Ja, ich habe dich gehört. Ich hab dir nur nicht zugehört. Lass doch diese Haarspalte rein. Willst du ihm denn nicht noch auf Wiedersehen sagen, bevor du abreißt? Wieso zum Teufel sollte ich? Er wird sich doch eh nur wieder die Birne zugedröhnt haben. Mom kommt mit dem Fertigfutter an den Tisch und stellt die Schale schwungvoll vor mich hin. Leg das Ding bitte beim Essen weg. Ich stoße einen Seufzer aus und drücke die Off-Taste. Deine Ausbildung wird ein paar Monate dauern, Andrew. So schnell wie der Krebs bei ihm voranschreitet, wirst du ihn vielleicht gar nicht mehr sehen. Gut, sage ich. Mom sieht mich mit einem Gesichtsausdruck an, den man als eine Mischung aus Trauer und Zorn bezeichnen könnte. Und für einen Moment glaube ich fast, sie will mir eine Ohrfeige geben. Etwas, das sie nicht mehr getan hat, seit ich zehn war. Dann wird ihr Blick wieder sanfter und sie sieht aus dem Fenster. Der Regen prasselt in Strömen auf das Betonhamsterlabyrinth unserer Sozialwohnungskolonie mit der amtlichen Kurzform PRC. Ich hasse Regentage. Die Nässe verstärkt den Gestank nur noch. Urin und verrottender Müll. Der Duft des Ghettos. Er ist immer noch dein Vater, sagt sie. Du wirst keine Gelegenheit mehr bekommen, mit ihm zu sprechen. Wenn du dich jetzt nicht von ihm verabschiedest, wirst du es eines Tages bereuen. Du hattest ihm sogar die Nase gebrochen, als du ihn verlassen hast, erinnere ich sie. Dich hat der Krebs doch auch nicht allzu sehr tangiert. Wieso zum Teufel sollte ich jetzt viel Trarad darum machen? Das war vor sieben Jahren, versucht Mom sich zu rechtfertigen. Sie zieht einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzt sich. Seitdem ist viel geschehen. Er war stolz auf dich, als ich ihm von deinem Zulassungsschreiben erzählte, musst du wissen. Sie sieht mich an. Und ich versuche, ihren Blick zu ignorieren, während ich den Deckel von der Aluschale abziehe. Die Geschmacksrichtung des Tages ist Huhn mit Reis. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, aus dem verarbeiteten Protein in der Basisration eine schmackhafte Mahlzeit zu zaubern. Ich stochere mit der Gabel im Ersatzhühnerfleisch herum. Dann blicke ich auf und sehe, dass Mom mich noch immer mit diesem niedergeschlagenen Ausdruck ansieht, den sie immer aufsetzt, wenn sie mir ein schlechtes Gewissen einreden will. Ich erwidere ihren Blick für einen Moment und zucke schließlich die Achseln. Na schön, ich werde mich noch von ihm verabschieden, sage ich. Und wenn ich unterwegs ausgeraubt und getötet werde, hoffe ich, dass du dich wenigstens schlecht fühlst. Mein Zimmer ist gerade groß genug für mein Bett, den Schreibtisch und eine Kommode. Die Einrichtung besteht aus Edelstahl und ist am Boden verschraubt, damit wir sie nicht wegschaffen und als Schrott verhökern können. Die Kommode ist nur halb voll. Ich habe halt nicht so viel Klamotten, um sie ganz zu füllen. Ich öffne die oberste Schublade und werfe den E-Book-Reader auf den kleinen Kleiderstapel. Letztes Jahr habe ich ihn für eine Schachtel mit alten Randfeuerpatronen eingetauscht. Und der Typ, mit dem ich den Deal machte, hielt mich für einen kompletten Vollidioten. Die Aufkleber mit der Aufschrift Schuleigentum lassen sich nämlich nicht entfernen. Aber die Sozialpolizei interessiert sich sowieso nicht für Schuleigentum. Wenn sie ihre Razzien durchführen, suchen sie nur nach Waffen und Drogen. Ich könnte den E-Book-Reader nicht verstecken, aber die Bullen werden misstrauisch, wenn sie gar nichts Illegales finden. Während ich durch das Apartment zur Haustür gehe, steckt meine Mutter den Kopf aus der Kochnische. Andrew? Ja, Mom? Es ist Sonntag. Gehst du noch bei der Lebensmittelausgabe vorbei und holst eine Wochenration ab? Ich fahre doch morgen zur Grundausbildung. Ich könnte die Rationen gar nicht mehr essen. Mom sieht mich nur an, und sie macht fast den Eindruck, als ob sie sich schämen würde. Dann begreife ich, worum es ihr wirklich geht, und ich zucke die Achseln. Ich werde meine Ration abholen, Mom. Sie öffnet den Mund, um noch etwas zu sagen, aber ich drehe mich um und schließe die Tür hinter mir. Ihre Antwort geht im hohlen Scheppern der zufallenden Tür unter. Der Aufzug in unserem Trakt des Gebäudes ist wieder einmal defekt. Ich öffne die Tür zum Treppenhaus neben dem Aufzug und lausche. Die Treppen sind ein beliebter Treffpunkt für die verschiedenen Rudel von Nachwuchsgängstern, die in den beengten Räumlichkeiten gern Leute überfallen. Die Sozialpolizei taucht nur in nennenswerter Stärke auf, wenn sie eine Drogen- oder Waffenrazzia durchführt. Ansonsten halten sie sich von den Apartmentgebäuden fern. Wir haben zwar Überwachungskameras auf jeder Etage, aber die sind meistens defekt. Niemand interessiert sich für die Belange von Sozialhilfeempfängern. Unser Apartment ist im elften Stock eines dreißigstöckigen Gebäudes. Ich gehe die Treppe runter, wobei ich drei oder vier Stufen auf einmal nehme. Schnelligkeit geht vor Sicherheit. Unten angekommen halte ich wieder in und lausche. Dann öffne ich die Tür zur Eingangshalle und verlasse eilig das Gebäude, um meine Waffe zu holen. Waffenbesitz in Sozialwohnungen ist illegal. Aber es hat trotzdem fast jeder eine. Ich bewahre meine nicht im Haus auf, weil stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden und Mom ausrasten würde, wenn sie sie fände. Also verstecke ich sie in einem wasserdichten Rohr, das in einem Spalt der großen mobilen Müllverbrennungsanlage des Gebäudes steckt. Es ist ein super Versteck. Dort schnüffelt keiner rum und der Container steht auch immer am selben Ort. Andererseits bin ich so immer eine leichte Beute, bis ich das Gebäude verlasse. Ich vergewissere mich, dass niemand in der Nähe ist und gehe zum Müllcontainer rüber. Jedes Mal, wenn ich die Hand in die Spalte stecke, rechne ich damit, ins Leere zu greifen. Und jedes Mal, wenn die Hand sich um das kühle Metall der magnetischen Metallbox schließt, stoße ich erleichtert den Atem aus. Ich öffne den Deckel und nehme die Waffe heraus. Es ist ein alter Revolver, vor über anderthalb Jahrhunderten hergestellt. Es ist nur ein Sechsschisser, funktioniert dafür aber auch immer mit Munition Marke Eigenbau, die viel gängiger ist als Originalmunition. Meine knappen Munitionsreserven bestehen hauptsächlich aus Messinghülsen, die ich mit Bleischrot befüllt habe. Untertitelung des ZDF, 2020